Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier das Update des 800 Euro Gaming-Computers Juli 2020. Als CPU der AMD Ryzen 5 3600 mit 6x3,6 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,2 GHz, 65W TDP. Er hat SMT, das bedeutet er hat insgesamt 12 Threads und man kann ihn wie jeden Ryzen-Prozessor frei übertakten. Preis-Leistungstechnisch eine super CPU für Gaming gerade und er sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre auch noch super ausreichen. Dazu als CPU-Kühler der Arctic Freezer 7X. Er ist stärker als der mitgelieferte Box-Kühler vom Prozessor und damit ist auch ein leiseres Kühlen möglich. Nun zum Händenbord, dass er SROG B450M Pro 4 mit dem AMD B450 Chips hat. Es hat USB 3.1, SATA 3, 4 DDR4-Rahmbänke, PCI-SPRESS 3.0, einem 2-Slot, 5.1-Sound und am A-Panel, 2x USB 2, 1x PS2, 4x USB 3, eine LAN-Buchse, einmal USB 3.1 und einmal USB-Tip-C und drei 3,5 mm Klinken für den Sound. Nun zum Arbeitsspeicher, 16 GB G-Skiller Aegis. DDR4-3200 und CL16 sind sehr schnell. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in einem Dual-Gel-Modus betreiben und 16 GB reichen für Gamer die nächsten paar Jahre noch gut aus. Weiter mit der SSD eine 1 TB Crucial BX500. Sie gehört zu den schnelleren Einsteiger-SSDs und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Nun zur Grafikkarte eine 6 GB Sapphire Pulse RX 5600 XT. Dank des guten Kühlers ist sie recht leise, es hat als Anschlüsse für den Monitor, 3x Displayport und 1x HDMI und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf Full HD auf mindestens hohen Einstellungen flüssig spielen können. Nun zum Netzteil das 500 Watt BeQuiet Pure Power 11. Es ist ein Multi-Rail-DC-DC-Netzteil mit 80 plus Gold und 500 Watt sind für den PC mehr als genug. Zum Schluss noch das Gehäuse, ein Silenzium-PC Ergnum RG6V-TG. Es ist ein schlichtes Gehäuse mit Seitenscheibe und sehr viel Platz für Komponenten. Außerdem sind vier Lüfter bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war es dann auch soweit mit der Zusammenstellung und hier noch eine kleine Erläuterung, wieso die 1 TB SSD und nicht dafür eine stärkere Grafikkarte. Man kann natürlich auch eine Kombination aus 240 GB und 1 TB HDD nehmen und dafür eine RX 5700. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Wer mag, kann auch gerne eine 500 GB SSD nur nehmen und dann eine RX 5700. Ist natürlich alles möglich. Ich fand die Zusammenstellung nur am stimmigsten. Ich persönlich bin Freund davon, dass man halt direkt so viel Speicher nimmt. Außerdem wird SSD-Speicher immer günstiger, deswegen kann man sich langsam immer mehr überlegen, auf Only SSD umzusteigen. Die Preise werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen, Monaten nochmal auf jeden Fall um ein paar Euro fallen. Da wird es dann immer mehr Only SSD-Systeme geben. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Komponenten, die ihr nehmen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt. Wenn euch 1 TB nicht reichen, keine Sorge, für 35 Euro bekommt man 1 TB Festplattenspeicher. Diesen kann man auch jederzeit nachträglich auch nachrüsten. Für 5 Euro mehr kriegt man einen noch besseren CPU-Kühler, den LC-Power Cosmocool LC-CC120. Da hat man insgesamt etwas mehr Kühlmasse und damit auch einen noch leiseren Betrieb. Für 10 Euro mehr bekommt man die MX500 statt die BX500 SSD. Die ist schreibstabiler, das heißt sie kann über längere Zeit bzw. seine größere Dateien schnell schreiben. Und zu guter Letzt, wer wirklich eine RX 5700 haben möchte, die kostet rund 45 Euro mehr. Hier die MSI RX 5700 Mech GP. Ist nicht die beste RX 5700, ja. Aber damit hat man schon mal einen Leistungssprung. Wie gesagt, Kostenpunkt hier 45 Euro Aufpreis. Wenn ihr den PC selbst zusammenbauen wollt, sowas aber noch nie gemacht habt, dann schaut doch mal gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich eine Playlist verlinkt, wie man einen PC zusammenbaut. Sehr anfängerfreundlich auf jeden Fall erklärt. Ihr möchtet euch kein PC selbst zusammenbauen, sondern lieber einen fertigen kaufen? Dann schaut mal auf meiner Webseite dabei. Hier gibt es nämlich den Hardware-Rad 800 für 820 Euro. Dieser hat dann halt nur eine GTX 1660 Super, aber auch eine 1 TB SSD und einen Ryzen 3600er. Dafür bekommt ihr den PC fertig zusammengebaut, Windows ist installiert und aktiviert. Das heißt, wenn ihr ihn bekommt, einfach auspacken, anschließen und loslegen. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als zwei Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.